Boah, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice, ähm, Nummer 8. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt schon ein Finale wird, aber ich glaube, ähm, ja, wir nähern uns dem Ende. Wir haben ja jetzt auch alle Tafeln fast gefunden, bis auf dieses eine Kack-Essen. Ich hab keine Ahnung, wo das steckt ernsthaft, Leute. Ähm, da werde ich vielleicht privat ohne Aufnahme nochmal nachgucken, wo es ist. Einfach der, Vollständigkeit halber, vielleicht schneide ich das dann irgendwo nochmal rein, aber... Boah, ist das mies. Boah, ist das? Boah, ist das mies. Boah, ist das? Boah, ist das? Alter, du Lümmel durch, du dreckige Ratte. Alter, du Lümmel durch, du Lümmel durch, du Lümmel durch, du Lümmel durch. Alter, es war klar, dass sie mit so einem Scheiß nochmal auftauchen. Oh, ist das mies, ist das mies. Ja, bitte mehr, bitte mehr. Ja, der darf sich natürlich bewegen, wie er will. Och, komm schon. Hallo, nimm nochmal einen ordentlichen... Der geht mir auf die Seite. Auf den Sack! Hallo! 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 Sie haben sie echt gemacht. Nein! 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 Hold on your soul and let go of the Senua of all. For there lies your weakness and the darkness will find it. Nee, das renne ich jetzt nicht. Alter! It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lights. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat. Have to escape. This is her hell. This one S fehlt. Es ist so unglaublich. Es ist so fucking unglaublich. Und ich weiß echt nicht wo es ist. Ich hoffe das rote S da wird mir jetzt den Spielstand nicht versauen. informatische Musik Don't see me like this. Turn away, Senor! Turn away, Senor! Do you see it, Senor? Do you see the darkness? Faces fear and suffering. You could see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hand. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother and the darkness will come for you, too. Do you understand, Senor? Do you understand, Senor? You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only sakura brings salvation. It is the will of the gods. It was all a lie. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you! And so you killed her! You did not pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother who was too weak to fight the darkness and a bang of you. You tortured her! You killed her! You are the darkness! Come on, Senor! Harley! Die Grituals, die Jahre von Isolation, die Schmerzen, die immer noch schützt dich. Es war die einzige Weg, um die Schmerzen zu kämpfen, die in dir zu kämpfen. Du bist ein Lieber. Die Dunkelheit ist in der Zeit, und wird dich verletzt. Du bist ein Lieber! Nein, Sama. Die Dunkelheit ist hier. Du kannst es nicht wünschen. Du kannst dich nicht verlassen. What?! Das kannst du vergessen! Das kannst du vergessen! Was haben wir denn? Alter! Auf die Schnauze! Jetzt hab ich aber die Faxen dicke! Jetzt reicht's aber hier! Alter, wie lange... Was geht denn hier ab, ey? Boah, ist das mies! Du wirst mich nicht fertig machen! Alter, diese Musik ist schon geil, aber ich find's irgendwie ein bisschen... Alter! 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 Na dann komm her, Hela, du elende Fotzensau! Oh! Alter! 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 Hela! das was ist nicht zu besser jetzt reicht es mir nicht und du willst mich auch nicht aufhalten auf die fresse elender blümmel dich habe ich auch schon fertig gemacht du arschkeks ist das mies ich lasse es mir ist Wir werden Dillian finden. Oh Leute, wir fließen. Komm her! Da hat's nicht recht! Oh, ist das mies. Was? Watch out. Let go of the earth. Let go of the earth. Let go of the earth. Don't let your darkness hurt anyone else. Let go of the earth. Let go of the earth. Auf die Schnauze, ihr elenden Lümmel! Let go of the earth. Alter, die feine Dame prügelt sich mit Horden von Typen. Warum fokusten sie denn immer die, die am beschissensten sind gerade? Ja. Alter! Alter! Jetzt komme ich aber so langsam ins Schwanken. Was muss ich denn noch schaffen? Ich werde an deiner Seite bleiben, Sinua. Aber solange wie du kann... Solange wie ich kann, wirst du nicht sterben. Also... Alter, die Musik ist gerade so geil. Oh, du schon wieder, du Limmel. Oh, ist das mies. What? What? Oh, ist das ein mieses Ende. Das ist so ein verficktes, ekelhaftes, dreckiges, mieses Ende. Boah. Entschuldige, meine Süße, aber ich habe alles getan, was ich konnte. Alter, jetzt ist aber auch das Unterhemd nass, das kannst du aber glauben. Alter. 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 If you're alive, and there's no darkness, then you never took him from the picture. And I can't save Dorian. I can't save Dorian. Is that what you want me to believe? After all you've done to me, and to him? You're not a liar, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know he's here. I know you have him! I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul! Take it! I'll be a... I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok! I'll be a slave for you. 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 Только la dudape, la dudape... Und wenn du nicht, dann musst du ihn töten. Denn ich habe nichts left. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Und du you... haben keine Kraft über mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Und all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow glows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fears and emerge from our darkness. Amen. 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 Ach nee, ich dachte, die hätte ich endlich hinter mich gebracht. Das ist wo meine Geschichte einmal begann, und so muss es hier enden, denn ich kann nicht mehr sehen als das. Follow uns, wir haben eine andere Geschichte zu erzählen. Mein Freund, geh mit ihr. Das wird jetzt deine Geschichte sehen. Tschüss. Wow! Also, ich muss schon sagen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, wie schön! Alter Schwede! Boah, ist das ein hartes, geiles Game gewesen! Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so nicht verkackt hätte beim Endkampf, dann... Ich glaube, das war genau dieser Endkampf, wo drin stand, diesen Kampf musst du verlieren, damit du weiterkommst. Alter! Alter! Es ist mal ein... Du musst mir schon die Tränen aus den Augen mischen. Es ist einfach der Hammer! Es ist einfach so ein wunderbares Spiel, so verrückt, so crazy! Auch diese Stimmen, die auf der einen Seite liebt man sie, auf der anderen Seite kann man nicht ohne. Auf der anderen Seite gehen die einem so derbe auf den Sack manchmal. Aber ohne diese Stimmen hätte irgendwie was gefehlt und es sah einfach... Also, die Umgebung auch sah einfach unglaublich geil aus. Es ist einfach der Hammer, ey! Also, ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass wir dieses eine S nicht gefunden haben. Ähm... Ich werde hier auch keine Endscreen oder so reinmachen. Aber auf der anderen Seite... Hier sieht man noch, wer was gesprochen hat. Melina Jürgens, die Senua... Oh, super! Ähm... Es ist einfach unglaublich! Hier gibt es ganz viele Namen, die einfach alle super sind. Ich würde die auch gerne vorlesen, aber dann kann ich keine Abmoderation machen. Ähm... Leute, ich... Bin beeindruckt. Also, das Spiel... Ich habe es mir im Sale gekauft, aber... Es kostet immer noch, wie gesagt, 30 Tacken. War es wert. Doch, war es wert. Ich habe es jetzt ein bisschen durchgerusht. Ähm... Muss man sagen. Ähm... Knapp 8 Stunden Gameplay ist so in etwa der Fall. Boah! Boah! Ich... Habe richtig Gänsehaut. Genauso wie beim anderen Spiel, was wir schon mal gespielt haben. Aber... Ähm... Hier geht es ja um Senua. Also, absolute Kaufempfehlung, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Und wenn ihr den Vollpreis nicht zahlen wollt, wartet bis es im Sale ist. Aber legt euch zu. Spielt das Spiel, auch wenn ihr es jetzt bei mir gesehen habt. Ähm... Es ist einfach der Hammer. Es ist einfach so ein wunderbares Spiel. Ähm... Die Kämpfe sind ein bisschen hart. Die hätte man natürlich auch leichter machen können. Aber das war ja auch... Ähm... War ja auch... Ist ja auch eine Einstellungssache. Das bedeutet, da darf man den... Ähm... Es ist einfach so. Aber... Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht irgendwie einen schlechteren Spielstand oder ein Spielende oder so rausgehauen. Aber das war der Hammer. Ey... Es ist unglaublich. Ich bin immer noch total am ganzen Körper so ein bisschen am Zittern. Nicht... Nicht, weil mir kalt ist. Aber ich hab schon... Ich hab schon so ein bisschen das Gefühl, als würde ich frieren. Aber eigentlich nicht. Es ist so ähnlich wie bei Plugtail. Es ist der Hammer. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so unglaub... Unglaublich so unfucking fassbar. Dieses Spiel ist so geil. Ähm... Man hat wirklich mitgefiebert. Also wirklich. Ich find's echt schade, dass ich jetzt... Ähm... Dass sich mein Weg und Senuas Weg jetzt trennen. Ähm... Diese Liebe, die sie einfach für den Dillian hatte. Was sie alles durchgemacht hat. Also da kann sich die eine oder andere Dame echt schon... Ähm... Beziehungsweise die eine oder... Die muss ich echt nicht verstecken. Da kann man sich echt eine Scheibe abschneiden. Ähm... Nicht nur die eine oder andere Dame, sondern auch die Männer vor allem. Es ist der Hammer. Es ist so ein wunderbares Spiel. Ähm... Man hat hier auch richtig mitgefiebert. Ähm... Wenn die Senua gelitten hat, hab ich auch gelitten. Und ich fand es echt traurig. Und ich fand es krass. Und... Boah... Beim Kampf hab ich irgendwie auch so ein bisschen den Zweifel gepackt. Schaffen wir es. Schaffen wir es nicht. Aber dann auch die Wut. Und dann wollte ich es schaffen. Und... Ich muss ganz ehrlich sagen, das haben die hier super hingekriegt. Ich lass es jetzt noch... Michael Gay. Michael Gay. Cooler Name. Ähm... Ja, auf jeden Fall. All of our fans and supporters for making Hellblade possible. Es ist wunderbar. Auch an mir ein super Dankeschön. Weitere Informationen zu Psychosen und seelischen Problemen findest du unter Hellblade. Ähm... Das ist wunderbar, dass sie das auch reingebracht haben. Ähm... Da sieht man auch, dass ich da wahrscheinlich mehr mit befasst wurde. Also wir bringen da jetzt einfach mal das und das raus. Könnt cool sein. Es ist einfach so un-fucking-fassbar. Es ist so ein geiles Spiel gewesen. Ähm... Kommt da jetzt noch was? Bin ich im Hauptmenü? Ähm... Ist jetzt schwarzer Bildschirm? Ja, okay. Ah... Boah... Ich... Bin... So... Krass. Also da kommt wahrscheinlich jetzt... Ja... Neues Spiel. Wir haben es durchgespielt. Ähm... Folgende Beitrag enthält Spoiler. Wir empfehlen zuerst durchzuspielen. Haben wir ja schon. Wer ist es? Sie hat das vorhin erwartet. Achso, das sind jetzt nur so Videosequenzen. Ist es? Ist es? Ist es? Sie sagen, Träume sind Visions unserer Erinnerungen. Ah, okay. Gut. Ähm... Mental Health Consultant Professor. Ja, das ist jetzt nochmal so eine Art Intro. Ähm... Mit Spoiler, mit allem drum und dran. Aber... Das können wir ja... Mental Health Consultant Professor. Ja, da sieht man auch schon, dass sie da ordentlich Leute angesetzt haben. Ähm... Ja komm, das brauchen wir jetzt nicht. Leute... Danke, dass ihr da mich mit begleitet habt. Es ist einfach so unglaublich. Es ist so ein geiles Game. Hat hier und da ein bisschen geruckelt. Da muss man halt gucken, ob es vielleicht an meinem System liegt. Oder... äh... sonst was. Ähm... Ich habe auf jeden Fall beim Spielen auch gemerkt, dass meine GTX 1060 Overclocked 6 GB Grafikkarte schon angegangen ist. Und immer wenn ich spiele, merke ich schon, dass es wärmer wird. Aber... Es lohnt sich einfach. Es ist so geil, das Spiel. Ähm... Vielen, 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 vielen Dank fürs Reinschauen. Ich muss jetzt erstmal nochmal auf Toilette. Irgendwie... Und mir mal war... Irgendwie... Irgendwie... Unterhemd wechseln. Hemd ausziehen. Und so weiter. Also echt mal wechseln. Vielleicht gehe ich auch nochmal unter die Dusche. Ich bin so geschwitzt von dem Endkampf. Von dieser Spannung her. Boah... Ich will... Ihr merkt es gerade. Ich will nicht aufhören. Ich will nicht, dass das beendet ist. Aber, Leute. Ich muss... Ähm... Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Es ist einfach... Es ist unglaublich. Es ist so der Hammer. Also, Leute. Jetzt nochmal. Ciao. Ciao. Ciao.